Hallo meine Damen und Herren, Dienstag, der 20. April, der DAX gönnt sich eine Atempause. Kommt die Schlagzeile über die Ticke heute, aber meine Kollegin Viola Grebe in Frankfurt, die gönnt sich natürlich keine Atempause. Viola, was gibt es in Frankfurt? Ja, hallo erstmal aus Frankfurt. Du hast schon gesagt Atempause. Danach sah es ja gestern schon mal aus. Wir hatten ja gestern im frühen Handel ein neues Rekordhoch beim DAX gesehen. Da waren wir mal kurz über der Marke von 15.500 Punkten und sind auch etwas schwächer aus dem Handel gegangen. Und die Atempause, die setzt sich heute fort und sie ist ein bisschen größer geworden. Also schon eine ausgewachsene Verschnaufpause, die wir hier sehen. Aktuell sind wir mit einem Minus von rund einem Prozent unterwegs. Also zum einen ist es ja nicht so ungewöhnlich, dass nach einem ordentlichen Anstieg auch mal ein Päuschen gemacht wird. Aber zum anderen scheint man auch jetzt mal ein bisschen abzuwarten, was von der Berichtssaison gerade in den USA jetzt noch so nachgeliefert wird. Nachdem die Banken ja zum Teil ganz schön überzeugen konnten, ist man jetzt natürlich auch gespannt, was im Laufe der Berichtssaison die Tech-Riesen so abliefern werden. Bei uns gab es ja auch schon einiges an vorläufigen Zahlen. Und das ist zum Teil ganz lustig, weil jeweils über Erwartungen. Wir haben heute schon vorläufige Zahlen gesehen von der Münchner Rück. Gestern Abend gab es noch die von BMW und die sind eigentlich alle besser ausgefallen, als man das gedacht hat. Aber die Aktien können heute nicht wirklich davon profitieren, weil der ganze Markt eben eher etwas im Rückwärtsgang unterwegs ist. Und neben der Berichtssaison schauen wir natürlich dann auch in dieser Woche noch auf die EZB am Donnerstag. Denn während die Fed in letzter Zeit ja doch weiterhin sehr ultra locker geblieben ist, ist man natürlich gespannt, Was gibt es vielleicht von der EZB auch für Aussagen zum Thema Renditeanstiege bei den Bundesanleihen? Also da ist man ein wenig gespannt und das verbringen wir jetzt gerade eben doch ein bisschen deutlicher im Minus, diese gespannte Haltung. Okay, alles klar. Vielen Dank, Viola. So, du hast es angesprochen, Berichtssaison läuft, volle Pulle. Wir schauen uns aber erst einmal kurz auf die Indizes der Dow Future. Leicht im Minus 0,5 Prozent, S&P Future auch im Minus 0,4 Prozent. Der Nasdaq Future auch 0,4 Prozent, je nach unten, da geht es in Amerika nicht besser als dem DAX. Und ja, hier schauen wir uns gerade nochmal die Tafel an, die Unternehmen bringen in der Woche Zahlen. Heute sehr interessant, vorbörslich hat man schon Procter & Gamble gesehen, Johnson & Johnson kommen wir gleich noch zu. Also, Philip Morris hat auch Zahlen gebracht. Nachbörslich kommt Netflix und da sind natürlich alle drauf gespannt auf die Zahlen des großen Corona-Profiteurs, der ja im letzten Quartal 200 Millionen Abonnenten die Marke geknackt hat und damit ein absolutes Zeichengesetz hat, hier Netflix. Die Aktie ist natürlich super gelaufen, deswegen längere Zeit nach der Rallye im Seitwärts-Trend. Verdient hätte sie es, definitiv auszubrechen, also fundamental ist die Story nach wie vor intakt. Vor allem, weil Netflix auch massiv in den Content investiert. In dem Jahr sollen wieder viele Milliarden fließen, noch mehr als 2020. Das muss man natürlich auch, um die Zuschauer mal an der Stange zu halten. Und da sind wir auf jeden Fall optimistisch, dass Netflix da noch weiter nachlegt. Aber die Konkurrenz schläft natürlich nicht. Amazon Prime gibt hier kräftig Gas, kommt jetzt bald mit der Superserie Herr der Ringe. Mehrere Staffeln, eine Million Dollar, Entschuldigung, eine Milliarde Dollar Produktionskosten. Und das wird natürlich dann auch die Zahl der Prime-Kunden wieder steigern. So, wir schauen uns aber ganz kurz nochmal hier die Kursentwicklung der Netflix-Aktie an. Nach den vergangenen Quartalen, hier sehen Sie in der Spalte die Kursentwicklung. Hier haben wir den Mega-Anstieg. Das war nach dem erwähnten letzten Quartal, nach dieser magischen Marke, die da geknackt worden ist. Aber ansonsten, da sehen wir hier primär einen Verlust direkt an dem Tag danach. Wir gehen hier nochmal weiter, sind eine Woche danach genau. Ja, da haben wir auch hier mehr rote Vorzeichen als grüne Vorzeichen. Da darf man auf jeden Fall gespannt sein. Die Erwartungen an Netflix sind traditionell hoch. Und da kam es dann auch oft Sellern Good News. So, wir gucken uns mal weiter. Wir haben mehrere Themen heute in der Sendung dabei. Altria, da gab es gestern kräftig auf die Mütze. Wir sehen hier den Einbruch, da grätscht die Politik dazwischen. Man will in Amerika den Nikotingehalt auf ein nicht süchtig machendes Niveau senken. Also hier nach dieser Kurserholung gibt es dann wieder mal von der Politik, von der Gesundheitspolitik, da eine Maßnahme, die angedacht ist und die hier die Rallye abwürgt. Altria, das wissen Sie ja, macht 100% des Geschäftes in Amerika. Also wäre von so einer Maßnahme deutlich härter getroffen als viele Konkurrenten. 85% des Umsatzes und des operativen Gewinns gehen auf Kosten des Tabakgeschäfts. Und deswegen folgerichtig auch hier gestern diese 5% Minus. Philip Morris, ich habe es angesprochen, haben wir jetzt direkt, war ja früher ein großer Konzern, hat man sich dann aufgespaltet in ein US-Geschäft, was bei Altria liegt und in ein internationales Geschäft. Philip Morris, deswegen auch hier von diesen politischen Bestrebungen nicht betroffen. Heute hat die, oder jetzt eben hat das Unternehmen Zahlen gebracht, die sind besser ausgefallen als erwartet. Ich habe es kurz hier, Etto-Gewinn bei 2,4 Milliarden erwartet worden waren, 1,8 Milliarden. Und der Umsatz auch ein gutes Stück weit, 7,6 Milliarden erwartet, 7,3 Milliarden besser als erwartet. Aber die Aktie vorbörsig leicht im Minus. Ja gut, das sieht man jetzt hier bei dem Euro-Chart nicht, aber wenn man den US-Dollar-Chart sehen würde, ein schöner Ausbruch auf Sicht von 5 Jahren. Philip Morris, die ja auch sehr stark gelitten hatte davor, aber jetzt ganz gut wieder im Kommen war. Aber da hier auch Salon Good News bei diesen nach den Zahlen. So, schauen wir nochmal weiter, was haben wir noch einmal angeboten? Genau, Tesla, die Aktie kommt immer noch nicht ganz zu Ruhe. Gestern 3% gefallen, heute auch vorbörsig ein Minus nach diesem todlichen Unfall mit dem Autopiloten. Wo man hier natürlich auch sagen muss, gut, jetzt ist der Chart wieder weg. Wenn die Regie kurz den Chart macht, danke sehr Regie, wenn man hier nochmal anschaut, dass die Aktie hier nach dem Einbruch wieder auch deutlich gewonnen hat. Und jetzt natürlich auch nach diesem Vorfall in Amerika, die Anleger verunsichert sind, aber nach wie vor eine heiße Kiste Tesla. So, wir schauen weiter, was haben wir noch? Genau, Coinbase, letzte Woche das Mega-IPO, immer noch heiß diskutiert am Markt. Börsenwert 66 Milliarden, ich habe hier mal ein Statement mitgebracht von einer Analystin von Morfett Nathanson. Sehr schwieriges Wort, Morfett Nathanson von der Liza Ellis, kann ich leicht aussprechen. Liza Ellis, die sagt 600 Dollar für Coinbase, weil das der Player ist, der beim Krypto-Boom am meisten profitieren wird. Sie geht davon aus, dass der Kryptomarkt nächstes Jahr einbrechen wird, 30%, 1,4 Billionen Dollar das ganze Volumen dann. Aber sie sagt auch, der Crash wird nur von kurzer Dauer sein, 2023 wird es dann wieder kräftig nach oben gehen, 3,7 Billionen Dollar erwartet sie, dass BNR wieder eine Verdoppelung. 2026, da hat sich auch eine Prognose für abgegeben, wird der Markt bei 11 Billionen Dollar liegen und Coinbase dann der Player, der bei dieser Entwicklung mit am stärksten profitieren würde. So, 600 Dollar, genau, das kostet sich, ich weiß nicht, ob ich es eben erwähnte, aber das ist es auf jeden Fall. Obwohl sie dabei noch nicht mal die bulligste Analystin ist, es gibt nur einen, der sagt 650 Dollar für Coinbase. Wir haben übrigens als Kauflimit bei Coinbase 200 Euro, weil wir damit rechnen, dass nach diesem IPO-Hype es dann wahrscheinlich dann mal kurz noch einen Dip geben wird und bei 200, da kann man dann kaufen. So, nächste Aktie, wir springen, Apple, genau, heute Abend das große Event, 19 Uhr nach unserer Zeit geht es los bei Apple, erwartet wird nichts anderes als ein neues iPad, iPad Pro. Letztes Quartal natürlich auch durch Corona die iPad-Umsätze massiv gestiegen, weltweit um gut 40 Prozent, wo es ein genaue Stückzahlen Apple ja hier nicht nennt, aber natürlich durch Corona dieser unfassbare Bub bei den iPads, bei den Leuten zu Hause sitzen und sich dann natürlich die Zeit bei Streaming vertreiben und sich dann natürlich auch ein neues iPad mal gönnen. Die Aktie war ja Underperformer längere Zeit in dem Jahr im Dow Jones, rote Laterne, wochenlang, hat mittlerweile 1,6 Prozent zugelegt seit Jahresanfang, also hier in die Pluszone gewandert. Und bester Wert übrigens im Dow Jones ist Walgreen Boots, die Apothekenkette, das ist ein Post-Corona-Profiteur, die Aktie lief ja letztes Jahr sehr schlecht, weil die Leute online gekauft haben und Walgreen Boots dreht jetzt richtig aus, aber wenn man sich die längere Performance anschaut, kann man nicht viel Start mitmachen, ich habe es mir nochmal hier rausgelassen. Fünf Jahre minus 39 Prozent bei der Aktie und der Dow hat 88 Prozent gewonnen. Soviel zum Thema Walgreen Boots. Wir schauen aber noch weiter, wir haben natürlich noch Impfstoff. Das Thema, was weiter an der Börse heiß diskutiert wird, Johnson & Johnson, da liegt die Entscheidung weiter auf Halde. Das ist natürlich so die Sache, wenn man sieht, gestern habe ich es ja schon mal gesagt in der Sendung, wenn man sieht die Wahrscheinlichkeit, dass man an einem Blutgerinnsel erkrankt bei 0,000009 Prozent liegt und jetzt hat sich in Amerika auch wieder ein prominenter Arzt geäußert, der gesagt hat, es ist natürlich viel gefährlicher zu rauchen, wenn man da ein Blutgerinnsel bekommt, eine Thrombose, als wenn man sich den Impfstoff von Johnson & Johnson in gespritzt bekommt. Aber nichtsdestotrotz, die Aktie im Seitwärtstrend, eben gab es Zahlen von Johnson & Johnson, die sind besser ausgefallen als erwartet. Bei der Prognose für 2021 hält man sich zurück, gerade auch, natürlich auch, oder vor allem auch wegen der Unsicherheit beim Impfstoff. Biontech, da schauen wir uns auch nochmal den Chart an, da lief es natürlich viel besser bei der Aktie, weil das das Wundermittel ist, der Impfstoff, der an dem es überhaupt nichts auszusetzen gibt. Und die Aktie ist super gelaufen. Jetzt gab es wieder Forschungsgelder. Die EU hat gesagt, dass sie nochmal in die Covid-19-Forschung investieren will und zwar kräftig. 1,6 Milliarden Euro macht man hier locker davon gehen. Rund 627 Millionen Euro an Biontech und CureVac, den Konkurrenten. Und die EU hat ja auch schon ganz klar gemacht, auf wen sie die Hoffnung gesetzt, auf Biontech. Der 1,8 Milliarden Dosen-Deal, der da eingetütet worden ist und dem Unternehmen natürlich extreme Planungssicherheit bietet. Und jetzt hat ja auch gestern RKI-Chef Wieler gesagt, dass Corona gekommen ist, um zu bleiben, endemisch wird und man sehr, sehr, sehr wahrscheinlich Impf-Auffrischungen benötigt jedes Jahr. Und dass das natürlich ein tolles Geschäft ist für Biontech, auch als Sprungbrett für die Krebs-Technologie, weswegen Biontech ja ursprünglich gegründet worden ist. Und diese mRNA-Technik, die sich ja jetzt bei Covid so bewährt hat, auf Krebs gemünzt werden kann. So, ich schaue jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob ich noch eine Aktie habe. Nein, da kommt schon die Leinwand der Opening Bell. Das heißt, wir sind am Ende angekommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Tschüss.